Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel SG Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum. Anstoß im Rudolf-Habi-Stadion in Dresden ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Dresdner selber erwarten 26.000 Zuschauer für diese Partie. Das haben sie zumindest im Vorfeld kommuniziert. Aus Bochum werden mindestens 300 dabei sein. So viele Karten haben wir jedenfalls hier abgesetzt. Kurzinfo an der Stelle auch schon mal ein bisschen vorausschauend auf das Spiel gegen den HSV. Da ist ja der Vorverkauf gestartet, bis dato läuft es online sehr gut. Es ist allerdings jetzt schon absehbar, dass das, was wir in der Pressemitteilung angekündigt haben, dass ab dem 4.3. auch sozusagen offline der Verkauf für die VfL-Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber startet, Fakt sein wird. Das heißt also Montag im Zeitfenster zwischen 10 und 13 Uhr hier am Fanshop am Stadion, weil danach die Geschäftsstelle geschlossen ist, im Ruhepark bis 20 Uhr am Montag und bei Bochum Marketing. Ab da geht es dann für die VfL-Mitglieder und Dauerkartenkunden auch im analogen Bereich sozusagen los. Das war es von meiner Seite aus. Cheftrainer Robin Dutt sitzt neben mir, wartet darauf auf Fragen. Günter Pohl hat schon aufgezeigt, schnappt sich das Mikrofon und los geht's. Herr Dutt, geben Sie uns vielleicht mal einen kurzen Überblick über die Personalsituation, wie Sie sich jetzt vor der Abfahrt gestaltet. Wer steht nicht zur Verfügung? Wer ist vielleicht überraschend wieder dabei? Ja, von der Quantität sieht es ganz gut aus. Wir haben eine relativ große Auswahl. Die Langzeitverletzten mit Tom Barg, Barisch, Maxim Leitsch sind noch nicht dabei. Bei Tom Eisfeld ist es noch ein bisschen zu früh. Milos steht grundsätzlich wieder zur Verfügung und der Rest der Mannschaft auch. Philipp Rentsch macht weiter. Ich sag mal kurz ein, Milos Pantovic steht grundsätzlich zur Verfügung. Heißt, wer hat er mit, wer hat er nicht mit? Ja, wir wollen den Kader jetzt heute öffentlich noch nicht bekannt geben, wollen es noch die paar Stunden bis morgen noch, ja, das ist für uns noch behalten. Von daher muss ich noch etwas gedulden, wer dann morgen tatsächlich mitfährt. Aber er wäre soweit. Günter Bohl macht dann weiter. Wir haben ja in der Winterpause der VfL ja nochmal sich verstärkt mit Simon Zoller, der hat, so wie ich es damals gelesen habe, braucht er viel Spielpraxis. Jetzt hat er die zuletzt doch nicht mehr bekommen. Ist das jetzt wieder eine Option oder welche Rolle spielt Simon Zoller im Hinblick auf das schwere Programm, das jetzt noch auf den VfL zukommt? Ja, Simon spielt grundsätzlich bei uns eine sehr wichtige Rolle. Natürlich war es jetzt für die beiden Neuzugänge vielleicht jetzt im Winter etwas schwieriger, sich zu integrieren, wenn es jetzt so läuft, wie es momentan läuft, als im Sommer. Aber Simon hat jetzt trotzdem drei Torbeteilungen gehabt, zwei selber gemacht. Wenn er eingewechselt wurde, hat er, finde ich, immer sofort Akzente gesetzt. Und wir sind mit seinem Auftreten bei uns jetzt mal bisher alles andere als unzufrieden. Aber in aller vorderster Sicht steht natürlich immer auch die Mannschaftsleistung. Und von daher ist es momentan für jeden einen etwas schwieriger, zu glänzen oder auch die Performance zu bringen, die dann auch die allgemeine Anerkennung bringt. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir Simon haben. Und er spielt auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle in unseren Planungen. Dann Philipp Reinsch. Mikro ist schon da. Welche Ideen, welche Maßnahmen haben Sie vielleicht auch in dieser Woche noch mal ergriffen, um die Mannschaft jetzt auf das Spiel gegen Dresden vorzubereiten? Sie hatten ja auch schon Ideen nach den anderen Niederlagen, vor den anderen Partien. Was stand vielleicht auch in dieser Woche noch mal im Fokus? Ja, natürlich haben wir einiges gemacht. Aber ich habe diese Woche auch schon mal zum Kollegen gesagt, ich tue mich diese Woche so etwas schwer über die Einzelmaßnahmen jetzt hier öffentlich zu philosophieren. Ich denke, dass es wichtiger ist, dass man die Dinge am Sonntag auf dem Platz sieht und nicht schon vorab ankündigt, was denn wir alles jetzt in der Woche alles gut gemacht haben. Denn Training ist nicht immer ein Parameter für Leistung und Erfolg am Wochenende. Aber eine gute Trainingseinstellung und eine gute Trainingsqualität sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Natürlich haben wir ein paar Dinge natürlich angesprochen, gemacht und korrigiert. Das ist gar kein Thema. Aber ich möchte da gar nicht so im Detail darüber reden. Das ist, wie gesagt, etwas weniger jetzt reden und etwas mehr zeigen ist, glaube ich, durchaus in der Situation angebracht. Günter Pohl und dann Michael Eckert. Herr Dutt, in Ihren Überlegungen wird sicherlich Anthony Lozilla eine große Rolle spielen, dessen Stabilität dem VfL vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat am vergangenen Wochenende. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der auf jeden Fall in der Startformation steht, oder? Ja, also Toto ist natürlich eine absolute Säule in unserem Spiel. Und immer wenn er fehlt, dann fehlt es auch ein Stück weit diese Säule, diese Strukturen in diesem Spiel. Und natürlich, Toto kennt ihn natürlich auch in Dresden perfekt aus aufgrund seiner Vergangenheit. Und natürlich sind wir da absolut froh, ihn zu haben. Und auch wenn ich keine Anfangsformationen durchgebe, aber da wird jeder spekulieren können, ob er spielt oder nicht. Und die meisten werden nicht falsch liegen mit ihrer Spekulation. Michael Eckert. Ja, jetzt wirkt hier die Mannschaft ja sehr verunsichert, was ja verständlich ist, nach der vierten Niederlage auch dann, trifft auf einen Gegner, der gerade nochmal einen Trainer gewechselt hat. Der Trainer ist jetzt kein Unbekannter, wird von allen geschätzt und gemocht in Dresden. Da muss man sich schon wappnen und auch ein bisschen auf Biegen und Brechen einstellen, oder? Auf jeden Fall. Mein Trainerwechsel setzt natürlich immer kurzfristig zumindest Energien frei. Und alles, was man jetzt medial verfolgen kann, herrscht ja, ohne dass schon eine Sekunde gespielt ist, eine große Aufbruchstimmung. Christian Fell hat eine sehr hohe Akzeptanz, glaube ich, in diesem Verein. Wir haben übrigens einen gemeinsamen Verein schon hinter uns, allerdings eher als Spieler bei den Stuttgarter Kickers, ich als Trainer, aber nicht als sein Trainer. Aber zumindest war es gar nicht zeitlich nicht so weit entfernt. Ich denke, maximal ein, zwei Jahre war das auseinander. Aber ja, er hat ja diese Interims-Rolli, hat er zumindest ja schon mal Anfang der Saison nach Uwe Neuhaus übernommen. Und ja, er ist ein junger, hochmotivierter Trainer und wird diese Motivation auf die Mannschaft übertragen. Und selbstverständlich werden wir da in Dresden voll dagegenhalten müssen. Johannes Stab, macht mal weiter. Daran anknüpfend, Patrick Fabian hat letzte Woche nach dem Spiel gesagt, dass es jetzt wieder darauf ankommt, Fußball zu arbeiten. Ist das jetzt erstmal das Wichtige? Weil ich glaube, fußballerisch kann man jetzt nicht eine Glanzleistung erwarten, jetzt nach den letzten Wochen. Ja, zumindest die Reihenfolge sollte die richtige sein. Und ich denke, dass wir immer dafür im kompletten Jahr 2018 nicht nur dafür gestanden sind, dass wir einen guten Ball spielen, auch technisch anspruchsvoll und offensiv gut, sondern die Mannschaft ist eben auch immer dafür gestanden, sich das erstmal zu erarbeiten, gegen den Ball gut gearbeitet hat, in den Zweikämpfen präsent war, im Gegenpressing gut war. Und diese Balance ist natürlich ein Stück weit in den letzten Spielen einfach verloren gegangen. Deswegen sind die Ergebnisse auch so ausgegangen. Und ich bin mir sicher, wenn wir es hinkriegen, die Reihenfolge wieder hinzukriegen, zunächst die Arbeit, und dann bin ich sicher, dann tun wir es auch einfacher, wieder zu diesem Offensivspiel zurückzufinden, Schritt um Schritt, das uns doch so lange ausgezeichnet hat. Weitere Fragen? Wilbrensch. Mikro ist schon da. Jetzt sah der Vorfeld dreimal in Folgeform in der ersten Halbzeit weniger gut aus. Zufall, nicht Zufall aus Ihrer Sicht, in Ihrer Analyse. Man sollte es nicht ganz ausblenden. Es ist immer die Frage, wir hatten ja die Phase schon in der Saison, als wir in den letzten Minuten dann immer die Treffer bekommen haben. Und so wie das kam, so schnell war es wieder weg. Und von daher wäre es schön im umgekehrten Fall, jetzt kriegt man die Treffer gerade des Öfteren in der Anfangsphase. Und es wäre schön, dass es auch so schnell wieder verschwindet, wie es gekommen ist. Zufall oder nicht Zufall, es darf so nicht passieren. Ich glaube, damals hatte ich das schon gesagt, man sollte in der letzten Minute genauso wenig die Tore unnötig kassieren wie in der Anfangsminuten. Und das ist der Zeitpunkt nicht entscheidend, sondern die Art und Weise, wie wir einfach diese Gegentreffer bekommen haben. Zum Beispiel zwei Gegentreffer relativ identisch nach einem Einwurf irgendwo im Mittellinienbereich und einem Umschalten des Gegners. Die Situation hat für mich jetzt weniger zu tun, sind wir in der zweiten oder 90. Minute. Die Situation darf halt grundsätzlich nicht passieren. Und deswegen thematisieren wir Wenden natürlich dann eher die Situation an sich als die Spielminute. Aber sicherlich ist es in der momentanen Situation nicht gerade hilfreich, wenn du auch noch ein Rückstand gerätst und hinterherlaufen musst. Michael Eckert. Haben Sie persönlich schon irgendwelche Erfahrungen gemacht mit Dynamo Dresden? Keine guten. Kann man das konkret fassen? Ja, ja, sogar sehr schlechte. Jetzt haben Sie mich gefragt, jetzt habe ich es morgen in der Zeitung, aber hilft ja nichts, Sie kriegen es ja eh raus. Mein erstes Pflichtspiel in Bayer Leverkusen haben wir im DFB-Pokal in Dresden absolviert. Und wenn ich heute noch daran denke, wird es mal ganz anders. 3 zu 0 geführt in der 60. Minute und das Ding ging in der Verlängerung 4 zu 3 für Dresden aus. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele Spieler vertreten von damals. Aber von daher gibt es nicht gar die besten Erinnerungen daran. Verlängerungen können wir auch ausschließen, immerhin. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für das Erscheinen. Den einen oder anderen sehen wir dann am Sonntag in Dresden. Dann bedanke ich mich für das Erscheinen. Aber die einzelnen können wir auch schon mal wieder ansehen. Und mit dem ich mich für das Erscheinen hier行 hoping ist, Und dann bin ich da, eine andere Seite. Vielen Dank.